Hier ist ein Wasserwerfer. Ein Wasserwerfer steht hier schon mal. Brandenburger Tor, Reichstag. Darunter steht die Versammlungsfläche. Aber unter den Linden, Friedrichstraße, Wilhelmsstraße, alles schon auch schon dicht. Die wird als Ausgleichsversammlungsfläche genutzt. Jetzt mal ein Blick hier. Wie gesagt, das fängt erst 100 Meter später an, die Fahrzeuge. Ich habe mal gehört, das hätte der Rudwig, der Bauernführer, Bauernpräsident, gewollt wegen der Versammlungsfläche. Ich weiß es nicht. Vereinzelt stehen hier. Also das Fahrzeug zum Beispiel, das stand da heute Nacht auch schon. Und genau, da vorne stehen drei oder vier Trecker. Ansonsten ist das Brandenburger Tor wohl auch für Zuschauer gesperrt. Obwohl, es kann sein, dass ich von dieser Seite rankomme und dahinter kommt bis an die Absperrung. Das weiß ich nicht genau. Was wird hier viel los werden heute? Da hinten kommen sie auch schon. Wie gesagt, über den Linden ist dicht, Wilhelmsstraße ist dicht, Friedrichstraße wahrscheinlich bald.